Und weiter geht's hier mit Command Conquer 3 Cain's Rache. Zuletzt hier in dieser Strandmission, wie immer. Und wie üblich, natürlich. Mein Vorhaben war, Obelisken zu bauen, um sich hier ein bisschen in zu ügeln. Hier, hier das. Loser, ihr kennt gar nichts. Schirmt die Tanks ab. So, die können wir an. Zack. Asozial. Die Dinger sind echt asozial, die Obelisten. Es ist echt schade, dass die Waffenfabrik immer mehr baut. Das ist doof. Ich kann nur noch im Umkreis meiner Basis bauen. Das ist voll doof. Naja. Ähm. Ich wollte euch die ja zeigen so gerne. Deswegen bauen wir gleich mal ein paar von. Ich muss aber auch ein bisschen Bodentruppen bauen. Ähm. Quatsch. Luftabwehrpanzer wie... Joa, Mantis. Die kann man bauen. So was kommt hier dann mit dem Strategischen A noch. Und ich kann gerade nichts, um Luft abzuwehren. Geil. Beschiss. Dann schwecksch nix. Wo? Klack. Zack, tot. So, ich brauche Luftabwehr, komm. Wir sind bereit. Skorpionpanzer. Komm schon. Bau unterbrochen. Werte sind jetzt egal. Bau abgeschlossen. Super. Ich brauche nämlich jetzt sowas. Luftabwehr, sonst kommen die hier immer. Und ich baue die Mantis hier. Da sind Luftabwehrpanzer mehr nicht. Die können nur saugut hier solche Flugzeuge kriegen. Ja, was sie versuche wollen. Jo, ihr verliert gleich euer Leben. Ja, so sehen die Mantis aus. Ich glaube, die hat er schon gesehen beim Ketzer von Marcion. Mehr ist das von den Dinger da nicht. Die können nur Luft saugut abwehren. Ansonsten sind die nix zu gebrauchen. Aha, Gesellschaft. So, dann gehe ich mal hin. Guten Tag, meine Freunde. Klack. Der hat mir Läd getroffen, muss ich ehrlich sagen. Also, arme Sau. Zwei Strahlen vom Obelisk ist echt kein Spaß. Ähm, ja. Wäre mal wieder nett, wenn ein paar Leute... ...leiterer gebaut werden, ne? Exist so hoch, so einem anderen Stützpunkt hier. Hier oben. Schönes blaues, die Beine fährt. Und Türme. Das freut mich natürlich wieder aufs tiefste. Ich glaube, wir sind... Ja, wir sind die schwarze Hand. Mal, by the way, also... Nur die schwarze Hand kann solche Läuterer bauen. Das sind Avatare mit den Flammentanks, da. Und ja, und noch ein anderes geiles Upgrade. Und zwar die reinigende Flamme. Kann man die Dinger dann heraufleveln und... Verdammt geil. Kampfsysteme aktivieren. Aua. Ich glaube, das hat weh getan. Wir wurden ganz schnell erwisch vom Laser. Ähm, ja, Läuterer, Läuterer. Ich glaube, wir brauchen nur vier Stück. Ich weiß noch. Für die Basen natürlich acht Stück baue ich da. Wird hier die ganze Basen überrannt. Ihr seht ja jetzt schon da an den Mauern. Da ist eine GDI-Base, ne? Und die greifen mich die ganze Zeit an. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe euch gar nichts getan, Jungs. Zack. Ja, komm. Zahn. Verloren. Und ja, wenn der jetzt mal endlich mit dem Exe fertig wäre, könnte ich schon den Längsstau hoch expandieren. Ich glaube, das sind auch noch Flugzeuge in der Nähe. Das ist... Ich muss was ansparen, ansonsten hat das hier keinen Zweck. Ähm, Läuterer bauen wir da noch. Der Rest wird dann gestoppt. Go, mach hinne! Was? Wird da weit sein, also... So haben wir nicht gewettet. Oh, da kommt noch einer. Mutiger Krieger. Zack. Arme Sau. So, Exe fertig. Cool. Ähm. Ich baue noch einen Obelisk. Ich will nämlich nicht ewig hier die Stellung halten mit meinen... Panzern hier. Ich höre mal Flammenpanzer mit. Wer weiß, was passieren kann. Die kommen hier die ganze Zeit. Was soll der Scheiß? Lasst mich in Ruhe. Ich will euch nicht belästigen. Aber wenn ihr mir keine andere Wahl lassen... Ich geh hier ab. So, nett, Colleges. So, der Ovalisk ist, glaub, noch ein Stützpunkt. Oh, auf. Der auf mich aber auch nervt. Oh, ja, der Obelisk ist beschädigt. Ich singe das Leuchten. So, ja. Und wo ist... Oh, gehen doch hin. Mein Gott. Ist das so schwer für euch. Zack, tot. Ja, zieh dir doch mal deine Mutter an. So, wir gehen von hier unten. Oh, so, jetzt reißen wir uns. Verarschen lassen ich mich ja nicht. Leute, die sind da, um so durchzuhören. Ah, Orcas. Was sind die? Du gehst ruhig da hin. Ah, das sind doofe Orcas. Gut so. So, jetzt hier der X-Punkt zerstören. So, wir gehen noch weiter an. Lass mich in Ruhe. So, ähm. Alter, so, hier. Und du, breitest dich mal raus. Zack, 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 zack. Hier kann gar nichts. Ist mir egal, ob ihr so ein Fuf aus seid oder nicht. Nee, 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 nee. Komm, Exe, komm, mach hin. Wär auch schlau gewesen, wenn ich die Dings gebaut hätte. Nee, nicht so. Du bist doof. So, weg mit der Landeplattform. Und hier zurückziehen. Und mein X-Punkt ist fertig. Cool. Hier ohne alles noch in Ordnung. Können noch ein paar Leiterer vertragen. Und hier oben eine Kaserne gleich. Ich will natürlich wiederholen, was mir gehört. So, wohl klar. Hier oben meinen Leiterer in so heilig. Ich sah eins da. Ich warne dich. Meine eigene Waffen schlagen dich. Das ist feige. Ähm, Kaserne. Warum benutzt ich nicht die F-Knopf? Oh, leck. Boah. Okay, ich hab'n... Das ist doof. Ist unfair, wenn ihr da... ... die Idee kommt, anzugreifend. Ja, also die fahren jetzt schwere Schütze auf. Sehe ich. Ich brauch' ne Waffenfabrik, ja. Warum seht ihr mein Dings? Zack. Komm her, du doofer Mammut. Ich hör' doch auf, mein... Das ist unfair. Ist echt nicht mehr lustig. So. Ich geh'n jetzt grad nur mit Krill. Ja, ja, ein Richtig-Gerd. Ihr geh'n mit Krill. Naja, natürlich nicht so... ...berauschend stark. Wenn sie allein sind. Weil sie sind und breitend stark. Also... So. Weiter nach vorne. Und jetzt haben wir uns... ...X-Punkt. Ähm... Scheiße. Direkt da hin. Direkt da hin. So, die Mantis... Die brauch' ich jetzt noch mal jetzt gar nicht. Ich hab' eh... ...nie gebraucht. Sicher... Seht ihr, ähm... Tiberium-Turm gibt nur noch 10. Das ist richtig doof. Oah! Und ich hab' hier nix. Ihr seid solche Arschlöcher. Das werdet ihr noch... ...bereuen. Kannst du jetzt mal ein Deskontifizieren? So. Die Nerven sind vor allem. Ähm... Ja, direkt. Ich brauch' hier noch so... ...sicherheitenläuterer. Ich brauch' ich rechne das Geld. Nur ganz nebenbei. Also... Ne... Es ist nicht grad das Billigste. Kann ich sagen. Bei mir war ein Läuterer von mir. Die nehm' ich mir grad. Also, ihr seht, die werden immer härter und ungenießbarer. Ich muss hier echt auf die Flanken achten. Bevor mir hier alles instürzt. Ihr seid aufhören, mich anzugreifen, hab' ich gesagt. Ähm... Nächste Part drin also. Klar, wenn's macht GDI. So, dann mach' ich hier nen Schnitt wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bei Command Conquer 3 Cain's Rache. Bis denn.